Bernie und Erz Heute Drogen Cool, Wochenende! Was pfeife ich mir denn heute mal rein? Hm, Heroin? Nee, lieber nicht, dann hänge ich wieder das ganze Wochenende auf dem Malungsklo rum. LSD? Nee, auch nicht, dann denke ich wieder, ich kann fliegen und springen vom Dach. Kokain? Nee, geht ja gar nicht, ich hab ja gar keine Nase. Aber irgendwas fehlt. Komisch, ha ha ha. Hallo Bernie, sag mal Bernie, wo hast du nur die lustigen Zigaretten her? Hey, das ist mein letzter Joint, den hab ich mir fürs Wochenende aufgehoben. Ha ha ha, Wochenende, ist das komisch, ich weiß mich weg. Jetzt raucht er meinen letzten Joint. Hoffentlich kriegt er nicht noch ein Fressfleisch. Sag mal Bernie, wir haben nicht zufällig noch was zu fressen im Haus, ich könnte ein ganzes Schwein verdrücken.